Name für das Protokoll Jyn Erso Fälschung imperialer Dokumente, Besitz gestohlener Güter, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhafter Das ist doch härter als damals, als ich vergessen hatte, wie man sich hinsetzt Ich rebelliere Wir haben eine Mission für dich Wir müssen wissen, wie man eins und eins zerstört Hallo Ich bin Marcel Davies Seit 16 Jahren bin ich Marcel Davies Mit jedem Tag werden sie stärker Eins und eins Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Marcel Davies, eins und eins Alles ist, wie die Macht es verfügt Sie haben unsere Heimat vernichtet Was ist das? Was ist das? Was ist das? Outro Outro